Musik 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 Jetzt kann jemand anders Killer machen. Ja, ich würd gern. Ja, Moment. Nein, die muss, achso, da müsste ich mir ja, da muss ich mir ja einen Killer ausrüsten. Wäre sinnvoll zumindest. Ich meine, so Imposter mäßig wär vielleicht auch keine schlechte Idee, aber es wär irgendwie sehr schwer dann. Ja. So. Okay, da muss ich mal gucken, dass ich jetzt auch alles find, was ich brauch. Ähm. Hm. Es gibt halt echt verdammt viele Perks mittlerweile. Aber es gibt auch sehr viele Killer halt. Ja, das ist es ja. Mittlerweile gibt's echt verdammt viele. Die Frage ist es nämlich nicht so mit. Äh. So, jetzt muss man jetzt für Opfergabe bei der Städte müssen wir aber ganz so zurückhalten sein. Also, ich bin sowieso schlecht, also. Ja, aber bei dir kann man jetzt zum Beispiel schon ein bisschen rauchen. Ne? Meinst du? Ich bin doch viel zu schlecht. Ja. Wunder Glück. Soll ich mal ein Arschloch drehe? Ach komm, komm, ist ja Spaß. Ich probier's mal so. Was denn? Ja, ich hab was mitgenommen, dass ich mal gucke, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Äh. Äh. Okay, ähm. Ich bin gerade äußerst verwirrt. Warum wollen irgendwelche Blinden gehen? Nein, 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 nein. Was wissen wir? Weil es wahrscheinlich so viele gibt, oder? Ja. Ja, es gibt's nun endlich viele Perks. Ich sag mal so, was ich mitnehmen würde, immer standardmäßig wer ruft der Krankenschwester. Das ist immer relativ hilfreich. Und wie schaut der aus? Oh Gott. Ach so, wie der ausschaut. Ähm. Ja, gute Frage. Jetzt müsste so... Warte mal, ich geh mal kurz selber auf Killer. Ich grüße mich ja... Ähm. Ach so, ich kann die wechseln. Ah ja, ich hab jetzt schon. Passt schon. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Dann haben wir... Ne, das will ich nicht. Ne, das mag ich auch nicht. Wo ist denn das? Ah, Shortplatz. Ah, Shortplatz. Ah, okay. Dann... Ich glaube, ich bin bereit. Ja, dann sind wir alle fertig. Ich probier mich jetzt mal eine Runde. Und dann probier ich mit einem anderen Killer. Bin ich gespannt, was du einen hast. Ne, ich denk mal Hanko. Und ich denk mal Schwule. Ah, ich wüsste doch, dass es die Schwule ist. Sag mal, was hast du denn du für ein... Hm? Was ist denn? Für Prediction. Für Prediction. Prediction. Um was geht's denn? Dass ich richtig gecallt hab, was du für einen Killer nimmst und welche Map. Also zumindest die Map hab ich schon mal richtig gecallt. Der Killer... Ich vermute mal, dass es der ist, den ich auch habe. Hm. Oh Gott. Aber du weißt, Pyramide hat das stumm. Der redet nicht. Ich weiß, dass der ist. Ich weiß, dass der stumm ist. Der redet immer sehr gut. Der war sehr gut. Uuuuuh. Pyramid, halt die Klappe, du bist stumm. Ich würd's auch einen geilen Move finden, wenn alle entkommen, dass immer so eine Szene zu sehen ist, wie er sich selber den Schwert in den Hals fangt oder im Kopf. Er ist in der Aufgabe. Ich dachte, wir müssen sie glauben. Ach, okay. Sie hat aber nicht die Map zum Flüstung. Aber warum ist denn jetzt nicht die Map gekommen, die du... Ach so, weil Bella das ja einstellen kann. Bella hat ja das vorreich, deswegen hat deine Karte jetzt nicht viel genutzt. Schade. Sorry. Es war kein Absicht. Hätt ich sagen müssen. Stimmt, ich hab die nicht gestellt, glaube ich. Machen wir danach nochmal. Können wir das isacken, wenn wir wollen, nochmal probieren. Ja. Muss ich mal kurz was ausprobieren? Ja, mach. Ah, okay. Ich hab zwar keine Ahnung, was das bringt. Was willst du nur wissen? Was solltest du nicht ausprobieren? Was die zweite Maus betrifft. Ähm, du kannst ihn mit aufladen, dann kannst du so einen Weg nach vorne nehmen, der Leute verletzt. Und du kannst hinter dir, ähm, Wires ziehen. Wenn du da reinläufst, dann wird Polter freigeschalten und du kannst die Leute in den Boost-Kit schicken, meines Erachtens. Okay. Und wie kann man die Generatoren, äh... Wie kann man die Generatoren... Mit Space. Achso. Wenn du das kaputt machen meinst. Jaja. Man kann aber nur die Angefangene machen, gell? Ja. 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 Wart hab ich ihn verloren. Hm. Bisher hab ich noch niemand gesehen. Da. Ich dich schon. Da 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 da. Schön für dich. Da da... Das war schön, dich nicht zu sehen. Ich will noch nicht sterben, ich bin zu jung dafür. Scheiße. Verdammt. Und auch nur direkt nehmen. Ne, ne, das kannst du dann nicht mehr machen. Also das bringt dann nichts. Das kannst du jetzt aufheben, dann kannst du jetzt nur den Schlag wieder auf. Das müsste dann später eine Option geben, dann müsste unten ein Fußkäfig dastehen. Äh, oder ja, das Ding. Okay. Egal, es ist ja auch sowieso gerade. Pass auf, sie sind immer noch in deiner Nähe. Ist am Generator, ist jetzt an der ersten Hindernis. Er halt wieder der Speer. Ja, ich häng hier, was soll ich denn sonst machen? Komm zum Haken. Ja, kommt zu mir. Campt. Camper. Nein. Ich hab gar nicht gewusst, dass du da dran bist. Ich hab gedacht, ich hab jemanden gehört und dass du das bist, hab ich nicht gewusst. Warte mal. Kann ich den schon oder hab ich den schon? Der Super ist einer da ist, Camper. Da kommt zurück, Camper. Camper. Wieso, hattet ihr das schon mal? Dass ihr online gespielt habt und... Mehrfach. Das ist momentan die neue Meta. Tatsächlich. Passiert das ständig, oder? Dass die Leute campen wie die Sau. Häufiger. Ja. Es gibt... Kannst du... Kannst du herkommen und mich heilen? Gegebenenfalls? Ne, komm nicht herher. Komm nicht herher. Was? Das hast du noch hingekriegt? Alter. Ach, das ist nun nicht mein Spiel. Okay. Äh, ich häng gleich wieder. Nur so zur Info. Ich wär vielleicht kein bisschen. Ich bin schon relativ nah dran gewesen. Keine Ahnung, wie ich das grad noch geschafft hab. Ich hab einfach mal Leertasche gedruckt. Ja, ne, das gut. Manchmal hast du Glück. Äh, nur so zur Info. Ich hab ne Karte und ne Schüssel mit. Also, wenn jemand von euch, oder wenn es noch mehr sterben, dann könnt ihr das Zeug einfach mitnehmen. Und... Lube suchen. Ist auch ein Stempel dabei. Das heißt, ich hab der Höhe auch eine Wahrnehmfähigkeit für die Falz hier. Ich bin grad ein bisschen leer. Out of order? Ja! Du bist nicht... Geht's bei dir noch? Recht vor dem... Oh Gott, ne, du bist ja gleich fertig. Oh, scheiße. Ich hab wieder... Äh... Fuck, jetzt komm. Ja, danke, dass jetzt... Was machst du denn? Äh, Merz hinter euch. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber... Ihr hättet jetzt die Möglichkeit gehabt, mich zu befreien. Alissa! Jetzt bist du AFK, oder was? Nee, danke. Ich konnte dich nicht unterholen. Es wurde mir nicht angezeigt. Nur Selbstheilung hat's angezeigt. Aber mir auch eben. Weißt du, es war ja das Dumme. Ich konnte dich nicht runterholen vom Haken. Scheiße! Nehmt die Karte mit, den Stempel für den Fall, dass einer von euch noch stirbt, dann hat der andere die Möglichkeit zu entkommen. Ach so, warte, das war so? Und dann? Oh! Weiß doch nicht, was es bringt, aber... Eiei! 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 Ein Fünnü-Tü-Tü-Tü. Hä, wieso ist da oben ein Haken? Wieso soll man da drauf kommen? Es gibt eine Seite, von der du hochkommst, wie so eine kleine Rampe, wenn ich sage mal. Nee, das ist verdammt so. Sie rennt jetzt Richtung Hütte von der... Richtung... ...Altere Zeichen, jetzt holt sie weg. Guck mal lieber Richtung Killer, bitte. Und abhauen. Oh, danke. Am besten, wenn du mitkommst, dann kann ich dich heilen. Aber so, dass sie dich nicht sieht. Oh ja. Ich will nur sagen, sie hatte einen Range-Angriff. Abhauen! Falsche Richtung! So Bella, wenn du nämlich jetzt... äh, klar, sag ich schon. Steffi, wenn du jetzt Bella erwischst, dann kannst du die meines Erachtens in den Blutkeer erwischen, weil jetzt hat sie die Wires um sich. Ja, schade, glaube ich. Wo denn? Nee, das geht nicht. Das geht nur, wenn sie liegt. Ach so, du suchst jetzt gerade Dings. Da liegt doch hier, ne? Ja. Aber nicht, wie sie versucht, wie es gemeint hat. Et. Und dann bestrafen. Und was bringt das dann? Nee, nee, das geht nur... nee, du hast die Falsche, aber ich hätte das Bella erwischen müssen. Weil es jetzt Alice war. Ach so, okay. Blöd. Wie das Schwert halt hinterher schleift. Ja, das knirscht doch so ganz schön. Ja. Für den Boden. Was ist das eigentlich? Ach so, das ist das Ritual. Ja. Ach so, okay. Bitte hilf mir. Such die Map von mir und such den Ausgang. Bitte, bitte hilf mir jemand. Das Teil will mich umbringen. Wieso das Teil? Ich bin kein Teil. Ich bin an einem Haar fahren. Nee, die hat den Entus ersten bereits an sich. Ach so. Die kämpft schon. Aber das Ritual bleibt dann da, oder? Das kann ich nicht auflösen, oder? Das Ritual, das bleibt. Ich weiß noch nicht, ab welcher Länge das dann wieder verschwindet. Aber für's Anfang bleibt's. Okay. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Space kann. Ach so, wenn man auf Metall läuft, das ist ja cool. Dann schleift's so schön hinterher. Naja, gut, das war's dann wohl für Alisa. Nein, ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Sorry. Ich bin nur noch kein Scheiß, das ist Schluss. Ich hoffe es ist Schluss. Ich schaff's nicht wieder. Ja, vielen Dank auch. Ja, ich konnte nicht. Wo ist sie jetzt? Ich bin da da rumgeschlichen. Ach. Wieso, ich bin da rumgeschlichen? Ja, ich bin grad zufällig aus dem Haus rauskommen. Aber ich hab dich verloren. Schade. Ich mein, mit der Selbstlosigkeit hab ich hohe Punkte bekommen. Weil ich zweimal jemanden runtergerollt hab vom Haken. Ja. Wie gesagt, das wird in einem richtigen Match dann viel Vorteil gehabt, weil dann kriegst du auch richtig Punkte dafür, Leute vom Haken zu holen. Ja. Hat sie gut abgefangen. Ja. 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 Warte. Dann öffnet sich irgend so eine Sparte. Ne, jetzt hast du sie mitgenommen. Wie kannst du sie wieder loslassen? Ja, du kannst sie wieder loslassen mit C oder B. Ich weiß gar nicht, wir müssen mal ausprobieren. Geht keins von beiden. Du bist unter dem Taster. Na egal, dann öffnet sich halt so eine Blutlage unten und dann kann... und dann wird er halt durch den Boden gesaugt. Ja, jetzt verliert ich's eh gleich. Ja. Berliner. Aber Steffi, du bist ziemlich gut, oder? Nö, eigentlich nicht. Steffi schätzt du eigentlich ganz gut an fürs erste Mal, tatsächlich. Ja, doch. Weil du hast doch nicht ja schon am Haken und äh... Ja, ich muss halt sagen, ich hab schon echt blöd angestellt. Ach, das war einfach nur dumm. Alisa, ich weiß schon, dass du zugucken kannst. Nein, wo? Wo denn? Das Spektator. Links steht Zuschauer da, wenn du im Menü bist für die Übers... Also wenn du dann ja aus dem Spiel raus bist, dann... Nein, da war die Luka! Da war die Luka, ja. Lass mich in die Luka kommen, du bist auch in der Killer! Keines Arschloch, ey. Tschüss! Tschüss! Und er sitzt dann tot. Da war die Luka! Und da war dein Tod. Unbarmherziger Killer. Ich glaub, das erste Mal, dass ich jemand... oder dass ich alle drei gekillt hab. Letztes Mal sind mir alle entkommen, immer wieder. Ich glaub, der Pyromid hat... der taugt mir. Ja, am Anfang ja, aber irgendwie... Keine Ahnung, ich komm mit denen nicht mehr richtig klar. Seit dem Neuesten. Hm. Also, sag mal so, ich versuch halt viel auch mit den... mit der Range Waffe zu arbeiten. Also mit den Riten oder Partys. Ne, Riten. Ja, das hab ich eben jetzt nicht gemacht. Okay, dann nehm ich jetzt aber einen anderen. Ach, wie gesagt, guck dich aus. Nö, wir haben ja gesagt, dass man... dass ich zwei verschiedene machen will. Lisa, wenn du tot bist und du bist dann in diesen L-Screen, wo dir die Punkte angezeigt wird, gell? Ich bin schon lange draußen. Ja, genau, wenn du da raus bist, dann kannst du nicht mehr zuschauen. Aber wenn du nicht raus gehst... Ich bin da draußen. ...wenn du nicht raus gehst, sondern noch drin bleibst, dann ist unten links zuschauen. Und dann kannst du den anderen zugucken, wie die noch weiter... Okay, ja, ne, vorbei, ich bin schon rausgegangen. Ja, nix nochmal. Genau. Wir werden nicht gut umbringen. Ähm, was machen wir denn jetzt noch? Die Schule haben, oder? Oder? Hallo? Hallo? Äh, was ist die Schule? Die Schule oder was wolltet ihr für eine... Ähm, mir ist es wurscht. Die Schule, die will ja, der Sumpf oder sowas. Wär cool. Irgendwas außen, weil das Gebäude sind echt immer blöd. Die Schule machen wir dann... Achso, ähm, ähm, ähm... Erik, du kannst praktisch nur das Easter Egg machen, wenn man... Killer ist oder nicht Killer? Nee, nur als Überleben, da kann man das machen. Okay. Dann, ähm... Wer ist denn als nächstes Killer? Ich könnte das machen, theoretisch. Weil dann könnte man das ja machen in einer anderen Runde, wenn ich nicht vielleicht unbedingt... Ja, nee, kann man gerne noch machen. Aha. Ja, wie gesagt, hätte ich auch lassen, weil ich will das Easter Egg ja selber sehen. Das hat er bis jetzt in mir gemacht. Ich meine, ich weiß so, wie es aussieht. Ja, als nächstes macht... Als nächstes mache ich entweder du Killer oder Bella. Ne? Und dann können wir das ja machen. Okay. Vielleicht wäre es besser, wenn ich es mache, weil dann kann ich euch zeigen, wie der Gelb... Also könnt ihr dann, äh, mich durch die Wand durchsehen als Gelb, da kann ich euch zeigen, wo die Generatoren stehen, die gemacht werden müssen. Ja. Das geht als Killer ein bisschen schlechter. Ja, klar. Oder? Habt ihr Lust drauf, auf dieses Secret? Ne? Ich würd's gern mal sehen. Bin ehrlich. Ich glaub, die Steffdruck, die Gestörtenabteilung. Nein, die Scheiße. Ach, ich weiß. Komm, ich mach hier den Sumpf mit dem Schiff. Ja, genau. Ich such den grad. Ich such den grad. Wie heißt denn der? Ich weiß es gern nicht. Der heißt wahrscheinlich der Sumpf, oder nicht? Faulige Felder? Ne, das hat man grad. Ne, das war irgendwas mit Moore, glaub ich, oder? Ja, irgendwas mit Moore, genau. Ja, irgendwas mit Moore, genau. Schutzwald, Eisen... Ich muss ihn mir jetzt selber sehen, dann kann ich das sagen. Moor... Der Salon ist auch cool. Ah, ich hab's gefunden. Es wird lustig. Es wird lustig. Traurig ist eigentlich aber... Lustig. Ready. Okay. Lustig. Ja, hört mich an. Lustig, lustig, tolalalala. Wir könnten auch einen Monat warten, bis ihr soweit seid mit dem singen, okay? Wieso? Wann ist der erste Advent? Nächste Woche, oder? Nächste Woche, ja. Ist schon der erste. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Der einzige Vorteil nächste Woche ist, es gibt Geld. Weihnachtsgeld auch noch on top. Yeah. Leider gibt's sowas im Mutterschutz nicht. Kein 13. Gehalt. Nein, nein. Leider nicht. Habt ihr jetzt nicht so eine Corona-Zeitung bekommen gehabt, so eine einmalige? Ja, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nicht so. Wenn du eh schon das mindest an Mutterschutzgeld kriegst oder Mutterschafts-Quatsch-Elternzeit-Geld, dann ist das auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und vor allem für ein Baby brauchst du weitaus mehr im Monat, als das, was du da kriegt hast. Also... Terrorist Hobby. Es war ein schönes Gimmick, aber... War das Baby oder das? Nein. Das Baby. Das, diese Sonderzahlung, diese Corona-Sonderzahlung. Ich hab ja bekommen. Ich hab sie noch nicht bekommen. Kindergeld-Sonderzahlung war das. Schaurige Speisekammer. Okay. Ja, das ist das. Ja, das ist das. So, komm, diese Runde müssen wir auswählen. Nachts sind immer so eklige Matsch-Geräusche. Ach komm, ich lock die Killer gleich mal zu mir. Lock ihn gleich mal an. Ja, ich lock ihn gleich an. Ja, gute Idee. Finde gut. Finde gut, dass du's machst. Danke. Finde gut, dass du's machst. Finde gut, dass du's machst, oder? Was war das? Das war einer der Talente, die ich gerade zerstört hab vom Killer. Ah, das ist aber... Kabout. Das war aber nicht nett. Das war schön. Das fand ich sehr toll. Sehr selbstlos. Ja. Du wirst ja gut damit überleben da. Danke. Ich bin ein schlechter Killer. Schön, dass es hier von mir geht. Aber ich meine, wenn du Scream nimmst, das ist halt auch nicht so einfach. Was ist Scream? Ja, es ist Scream. Wieso, woher weißt du das? Warum wohl? Weil du halt mir vorbeigerannt bist, als... Klick. Ja, genau, da bist du tot. Nee, du warst an mir vorbeigerannt vorhin grad einfach. Du müsstest ja sagen, wir sind aneinander vorbeigerannt. Ich weiß nicht, du warst grad im Rausch gewesen und sonst nicht eigentlich so. Hä? Okay. Ich hatte das Totem zerstört gehabt, war in der Ecke. Und ich bin links rum und du bist irgendwie gerade von mir an mir vorbeigestürmt. Ja. Kommt, da wird jemand verfolgt. Nö. Alles gut. Alles easy peasy. Ja, ne, wär aber immer gut, wenn ihr anfangs geht. Was ist denn? Irgendwie war das grad ein bisschen dämlich, oder? Ja, ich dachte, du kommst hinten rum. Was ist jetzt? Na jetzt nicht Instant Kill, das ist ja voll langweilig. Nein, hab ich nicht. Auch noch am Haken. Ja, das geschenkt. Geschenkt ist das. Geschenkt. Ja, da hatte ich aber nix dafür. Geschenkt. Nicht mal desinfiziert, wie beim Erik vorhin. So, ein Drecker. Aber ich war's da nicht. Verdeck mich doch dann. Ja. Du hast mich aufgehängt auf den Unendesinfizierten. Der ist ganz blutig. Ich will einen anderen Haken, der ist ekelhaft. Hallo, Killerin. Ich will einen anderen Haken, ne? Oh. Run, boy, run. Hey, ho. Hello. Ich würd so gern, ich würd wenigstens sie mal trappen können. Das wär lustig. Im Camp? Im Camp? Ne, sie... Die rennt hinter Alisa her und hat sie gelegt. Nein, der hat mich schon lange erwischt. Ich wollte dich eigentlich vom Haken holen, Belinda. Aber gegen mich hat mich schon gehabt. Scheiße, der Haken ist besetzt. Er war besetzt. Er wird nicht mehr. Okay, ehrlich. Ja, kein Ding, da fängt jetzt schon wieder der Nächste. Und sie weiß, wo ich bin. Fuck it. Woher soll ich wissen, wo du bist? Ja, du hast grad grad gesehen, dass ich so einen Haken geholt hab, oder? Ja, aber ich bin nicht hinterher gekommen. Schade. Sehr, sehr allerdings. Aber das ist mir schon sehr... ...mensch. Jetzt rennt er mir vorbei, aber sag nicht, wo ich bin. Ganz da oben schön lang auf der Anhöhe. Aha. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Nö. Du hast einen guten Tarnmodus. Ich seh dich ebenfalls nicht. Invisible. Invisible. Sag mal so, ich bin nicht an der Gehengten. Ich seh dich von hier aus. Ich seh dich gar echt nicht gut. Das ist ganz verwirrend. Also der Killer ist echt verwirrend. Der macht immer irgendwelche Moves, wo man gar nicht weiß, was er eigentlich macht. Kommen irgendwelche Geräusche und irgendwas. Das ist ganz cool. Danke. Okay. Kannst du noch mitkommen? Oh was? Natürlich, wie du. Die andere sollte mitkommen. Du solltest die Einladung gern annehmen. Komm. Nee, danke. Wir sind nur für gerade eine Gäste. Ich höre jemand. Und... Ja verdammt! Nein, wir schleichen! Rennen! Rennen, Bitch! Werden man sich schon verdrückt, gell? Scheiße! Werde ich nicht so! Ist ja schrecklich! Ich muss ja Zeit rausschicken, aber die anderen machen die halt nicht. Ne? Ist das so, als wenn die Zeit hätten, Generatoren zu machen? Nein, stattdessen... Ja, an meinem Generator waren ja diese komischen ekligen Pfeile rum. Keine Ausreden. Da waren... Da waren diese ekligen Viecher rum. Diese Haar... Diese... Diese Klauen. Achso. Nach hinten weg. Nach hinten weg. Nach hinten weg. Nach hinten weg. Ich kann mich selbst heilen. Mach trennen Generator rechts. Ich... Ich kann mich heilen und komm ganz später dazu. Kannst du mich heilen? Ich kann mich heilen, ja. Kann mich heilen? Ja, ich auch nicht. Also ich kann nicht. Blutet alles voll. Übel. Ach, süßchen. Komm mal her. Komm mal her. Genau. Ah, weg! Ach, scheiße. Sorry. Sei blöd, wenn der Killer keinen Herzschlag hat. Achso, der hat keinen, oder? Nein. So gut wie keinen. Das ist natürlich echt mies. Wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Wer? Ich bin er. Ich bin er. Ich bin er. Ich seh dich. 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 Die Frage ist natürlich, dass er ein Glück mitgenommen hat mit, ähm... Der Ruf der Krankenschwester. Dann wird's halt bitter. Achso. Ich bin's doch wieder am Ende. Naja. Achso. Adi. Waschi. Tschö. Mit Öl. Ciao mit V. Genau. Achso. Tschö. Tschö. Danke. Du schaffst das. Äh, äh, äh. Also die Definierung. Die Schwachste Definierung. Ach, schön, dass ich da... Passt doch. Jetzt schau ich zu. Du. Ja, zwei Schieße geh. Ja. Ja. Ja, mein, ich bin wieder so dumm. Nee. Oh! Nein, hier ist der Kostee! Scheiße! Ich würd einmal die Lucas buchen. Ja. Gönn dir. Was macht er jetzt schon wieder? Hau jetzt ab. Lass mich liegen. Hä? Ja, du hast wahrscheinlich gehofft, dass ich... Achso, ich wollte dich gar nicht... Achso, ich wollte dich gar nicht... Ich wollte dich gar nicht liegen lassen. Sie läuft happy weg ohne mich. Ja, wollte ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, ich hab dich ja aufgerufen, aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Was Spaß macht. Ich glaub, wir haben eine kleine Sadistin hier an Bord. Niemals. Ich bin überhaupt nicht gut in dem Spiel. Wieso? Ihr seid doch voll die Pros. Ja, wer sagt denn das? Ich bin nur... Irgendwie fühlt sich das nie gerade noch an gerade. Super, du hast sie gerettet. Ja, aber das Problem ist, wenn sie noch mal hängt, ist sie tot. Und ich bin genauso tot, wenn ich noch mal hänge. Ja, ja. Let's the problem. Ey, die tue dich heilen. Und wir haben noch vier Generatoren, nur so zu info. Also... Ja, weil die von Gott ja nicht, weil immer einer am Haken war. Da wollte ich die natürlich runterholen. Und dann hab ich's auch wieder... Zweimal hat das natürlich explodiert. Und hatte ich Schiss, dass die kommt. Ach, come on! Das ist doch nicht wahr. Jetzt schleichst du schon in Ruhe, damit du Jani irgendwie einen Move machst, der deine Spuren verrät, und dann kommst du trotzdem hinter dir her. Ah, okay. Schade. Naja, ähm... Lisa, ich versuch noch... Äh, Bella, ich such noch die Luke. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, komm! Such die Luke, such die Luke! Du hast noch nicht mal gespawren. Lebe für mich weiter. Na, da hab ich geliebt. Lebe weiter. Du hast noch nicht mal gespawren, die Luke. Wie kannst du sehen? Ich muss erst mal ein bisschen scannen, aber... Ja, das bringt halt nicht viel. Hier ist halt, wo ich bin. Die Shooter hinter mir. Ich hör sie doch. Ickelhaft. Ickelhaft. Wie gesagt, ich versuch sie aufzuhalten, so gut wie es geht. Ja, ich versuch hier irgendwie was zu machen, aber... Ach, mach einfach. Ich meine, das hier passiert nicht mehr viel, ne? Also ich renne jetzt weg. Die wird mich noch einmal hitten. Dann lieg ich am Boden. Dann wird sie mich aufhängen. Woher willst du das wissen, dass ich die überhaupt finde? Du flinkes Wieselchen. Ich bin gar nicht... Ach, scheiße. Flinkes, flinkes Wieselchen. Du warst jetzt echt unfair zu mir. Fast nicht. Wer denn das Messer da hat, das steht über mir? Aber echt, hey. Ich hab mal die Luke gefunden. Das könnte jetzt sonst etwas unangenehm für dich werden. Die Luke ist noch nicht gespawrt. Die Luke ist noch nicht gespawrt. Wir haben noch zu viele Generatoren. Nee, wenn jetzt du der Letzte glaub ich bist, dann funktioniert's. Echt? Ja, ich glaub schon. Ich sag mal so, ich hab sie nicht gesehen. Ich auch nicht. Oh Mann. Arme B, dir geht's schon richtig mies. Mein Ding ist leer. Aber ich sag mal so, sowas bringt's in den Runden dann trotzdem fieselchen. Wenn du stirbst, aber du hast viele Leute vom Haken geholt, generatoren befreit, die ja die Bretter vor der Fresse heruntergehauen, dann kriegst du ordentlich Punkte. Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Ja, die hat mir tatsächlich noch Bretter vor der Fresse. Da ist er, da ist er, da ist er. Nein, ich bin rausgeflogen. Das Spiel ist wieder gecrashed. Ja, scheiße. Was jetzt? Hattest du die Minute für er passieren können? Dead by Daylight has crashed. Ich hab keine Ahnung, was mit dem Spiel los ist. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Hey, wir sind dann gekommen. Toll. Wohl nie. Ja, was soll man sagen? Wir waren einfach nicht drin gewesen. Jetzt hab ich keinen Bock mehr, Mensch. Das ist das dritte Mal. Ja, ich kann's nicht verziehen. 20.000 Punkte, nicht schlecht. Was hätte ich jetzt gehabt, oder ihr? Nee, ich. Achso. Wenn du rausgegst, dann bekommst du keine Punkte, weil das ja dann das resetet, was du an Leistung geschafft hast. Ich war so gut. Ich kenne mich nicht. Ich bin ein bisschen berühlt. Ich bin ein consistently bedankter. Ich kann's nicht einschätzen. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020